Moin Leute was geht hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen wie ihr die Visitenkarte 10 Gänge Menü freischalten könnt und zwar stellt ihr dass ihr in 10 aufeinander Runden in den folgen 10 verschiedene Perks trinken müsst. Ich fange damit an hier in Runde 6 und kauf mein erstes Perk Leute und jetzt sobald ich in Runde 7 bin muss ich das zweite Perk kauf also ihr müsst wirklich jede Runde ein Perk kaufen und zwar dürft ihr auch keine Runde überspringen ich habe jetzt in Runde 7 ein Perk gekauft wenn ich Runde 8 überspringen und Runde 9 wieder ein Perk kaufe dann zählt das nicht. Also ihr müsst wirklich jede Runde ein Perk kaufen hintereinander 10 Runden hintereinander ein Perk pro Runde. So und wenn ihr das dann alles gemacht habt dann kriegt ihr auch die Visitenkarte freigeschaltet und das war es dann mit dem Video. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare und für all die die noch kein Abo bei mir haben können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten Ciao und bis zum nächsten Mal.